So Freunde, was geht's? Geht's am Start, Leute, ihr könnt zur nächsten 74. Folge FIFA Mobile 21 Ich werde mir heute den nächsten Totti-Spieler holen, ne? Haha, wie geil ist das denn? Leute, ich hab's schon gesehen, oder? Leute, ich überrascht euch, überrascht euch, welcher Totti-Spieler ich mir holen werde Morgen werde ich mir den nächsten holen Also es geht auf jeden Fall ab hier, ne? Und auf jeden Fall, wollte ich nochmal sagen, bei 3333 Abonnenten Gibt's auf jeden Fall das nächste Gewinnspiel Also Leute, haut definitiv in die Tasten rein Genau, ich würde aber sagen, wir fangen an den Grüßlingen, Leute Denn der erste von euch ist der Ro-G Er schreibt Kannst du mich grüßen, wäre echt irre, bis bester YouTuber Sei grüßt, Ro-G, also Rogue quasi Und der nächste ist hier der Der Coolstar Hi Sky, ich finde deine Videos immer cool Ähm, dass es dir nicht langweilig wird Habe ich mir überlegt, dass ich auch mein Teamname einsende Name IconLiga, deine LG Coolstar Nächste Woche werde ich auf jeden Fall Teamse werden wieder Leute, ich werde auf jeden Fall wieder Teamse werden Nächsten Mittwoch oder Donnerstag mal schauen Ähm, keine Ahnung, wie gesagt Es fehlen noch, ähm, 16 Ähm, noch paar und 30 Abos, ne? Bis zum nächsten Gewinnspiel Haut wirklich in die Tasten rein, ne? Haha, gut Ich würde sagen, wir fangen an Ich habe jetzt auf jeden Fall hier 8 Millionen Comments am Start, ne? Und so viele Punkte Angriffspunkte 1.950 Mittelfeldpunkte Und 900 Abwehrpunkte Regen des Assisten Angreifer Denn da werden wir auf jeden Fall noch ein Pack hier öffnen Nämlich das hier Elite-Spieler Haha Ein Elite-Spieler ist hier noch drin Ja, also wir öffnen, Leute Leute, Eskalation im Totti Natürlich ziemlich schlechten Warum denn nicht? Lukas Bucher Und ich mache hier ein Bild vorhanden von dem Typen hier Mann, 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 du Obwohl ich hier sogar da einen Wunsch an habe, ne? Wir machen weiter, Leute Denn hier sind Münzen am Start Münzen, Münzen, Münzen Und ich bin wirklich schon fast am Ende meiner Reise angekommen hier Nämlich am Ende meiner Reise Zu Messi Totti Aber Leute Messi Totti Wird heute nicht mein Neuer Spieler sein In meinem Team Denn das wird ein anderer sein So Auf jeden Fall haben wir jetzt hier Oder ich brauche jetzt noch hier Knapp 400 Punkte Bis Messi Totti So Wir gehen weiter In den Mittelfeldspieler Denn da haben wir jetzt hier 650 Punkte Wir werden jetzt die Münzen Abholen hier Die 240.000 Münzen Freunde Leute So Haben wir schon mal die Münzen am Start Wir gehen weiter Würde ich sagen Oder? Gehen wir weiter 100 Ne Wir lassen es dabei Aber Leute Wir gehen nochmal jetzt hier In den Verteidiger Wir holen jetzt die Münzen jetzt hier ab 240.000 Münzen, Leute So Wir machen weiter Mit hier Starter Token Starter Token Verteidiger Boost Und hier 270.000 Coins Leute Punkt Das war's Das war's Leute Hm Das war's Wir gehen nochmal kurz in den Angreifer rein Bei Neymar Achso Ja okay Der braucht noch ein paar Der braucht noch ein paar Genau 150 Ne So Leute Auf dem Markt hole ich mir jetzt Wenn es ihn gibt Für 9,5 Millionen Ronaldo Leute Wenn es ihn nicht gibt Hole ich mir Davies So Ronaldo 96er Ronaldo Auf dem Markt Natürlich Totti Ganz klarer Hase Ha Ha So Preis Hoffentlich gibt es den für 9 Millionen Ich habe ihn schon gesehen Für 9 Millionen Gibt es leider nicht Schade Schokolade Gib mal ein 10 Millionen So Batz Gibt es auch nicht Aber Ja schade eigentlich Ich bin gerne gehabt Aber ich werde ihn eh haben Ich werde ihn eh haben Einen guten Ronaldo So Batz Junge Für 11 Millionen kostet der hier auf dem Markt Einer fehlt mir noch 2 Millionen Aber Ich hole mir jetzt erstmal Davies Mein nächster tolle Spieler ist am Start Davies Ich habe auf jeden Fall mein Boril verkauft Davies Natürlich nicht der Der 93er Davies So 9,5 Millionen 8,9 Das ist jetzt der günstigste 14 Millionen 13 Millionen 10 Millionen 10,1 8,9 4 Und hier war der für 8,9 4,7 8,9 4,7 Und 8,9 4,2 Da freuen wir natürlich den hier Nächster tolle Spieler ist am Start Leute Nächster tolle Spieler ist am Start Alfonso Davies Haha Was habe ich denn jetzt hier freigeschalten Ach ja Beckham Irgendwas mit Beckham Aber Leute Wie geil ist das denn Nächster tolle Spieler am Start Hier Alfonso Davies Haha Und wenn ich es schaffe Leute Hol ich hier morgen Lionel Messi Leute Morgen Lionel Messi So auf jeden Fall werde ich jetzt hier die Rangtransfer hier transferieren Leute Bats Junge Ich habe auf jeden Fall Boril In den Dingen hier Halsbecker gemacht Und jetzt Halsbecker Alfonso Davies Leute Geil Mann Bats Nächster tolle Spieler ist am Start So Wie gesagt Ich habe den Bellet schon verkauft Leute Ich habe den Bellet schon verkauft Weil ich halt die Coins brauchte Für Ronaldo Oder halt für Davies Ähm Genau Wie gesagt Morgen kommt hier Messi rein Und dann wenn ich Ronaldo habe Was wahrscheinlich in 4-5 Tagen passieren wird Dann werde ich auf jeden Fall Meine Formation ändern In 4-2-4 Leute Ich werde zwei Stimme haben Mit Kane und Ronaldo Und hier noch mit Messi Leute Ich werde eine Dreierspitze Ich werde eine Dreierspitze haben Mit drei Totti-Spielern Mit Messi Rechter Flügel Dann links daneben Ronaldo Und dann Kane noch hier am Start Davies ist ja auch am Start hier Leute Wie geil ist das denn Leute Haha Gut Ich gehe da mal kurz ins Totti rein Leute Ins Totti 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 Im Angreifer Denn da wie gesagt Ich werde Ähm Mit Neymar noch holen Weil Durch die Punkte von Neymar Und Messi Also quasi hier die Angreifer Starter Token Die zählen ja Für Ronaldo Ich brauche dafür Neymar und Messi Auf jeden Fall brauche ich noch hier Ja ich habe jetzt eben fast 400 Deswegen rechne ich jetzt mal rund gerechnet Denn 400 Sind 1000 1700 Brauche ich also noch Ähm 2000 Warte mal 1700 2500 Punkte Und das Event geht ja noch 13 Tage Also Leute Ich werde Ronaldo Totti haben Ich werde Ronaldo Totti haben Und morgen hole ich mir Ganz langer Hase Morgen hole ich mir Messi ab Batz Junge Haha Aber Skillboost habe ich auch mal freigeschalten Hier Nämlich für Davies Von Davies Batz Junge Und hier nochmal Für Leon Bailey Okay Für Bailey 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 Wenn wir hier Boni annehmen Die Boni Die Boni So Gut Da war es eigentlich schon für heute Und wir haben hier ein 112er Team Ne Und das mit Manolas Leute wir haben morgen den Messi Vielleicht haben wir morgen dann Glück Und haben morgen Ein 114er Team Würde ich feiern Leute Würde ich feiern Ich würde aber sagen Jetzt morgen wieder Totti Eskalation ist am Start Leute Ha Morgen Messi am Start Ich würde sagen Jetzt morgen wieder Glück gemacht Mit euch sein Skywalker Ich würde sagen